Bundesliga Borussia Dortmund hat völlig überraschend bei Aufsteiger Union Berlin verloren. In hochemotionale Atmosphäre fand der BVB gegen aufopferungsvoll kämpfende Berliner einfach kein Mittel. Borussia Dortmund hat völlig überraschend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verloren. Das so famos in die neue Saison gestartete Team von Trainer Lucien Favre Er verlor nach einer offensiv- wie defensiv-schwachen Vorstellung bei Aufsteiger Union Berlin nicht mal unverdänt mit 1.3, 1.1 und rutschte in der Tabelle vom ersten auf den fünften Platz zurück. Als neuer Tabellenführer geht damit AB Leipzig in die Länderspielpause. Die Gastgeber gingen in der 22. Minute nach einer Ecke durch Marius Bülter mit 1.0 in Führung. Doch die Freude über das erste Heimtor der Köpeniker in der Bundesliga-Geschichte währte nur kurz, bereits drei Minuten später glich Paco Alcázar mit seinem vierten Saisontor für Dortmund aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es erneut Bülter, der mit seinem zweiten Treffer, 50. die mit 22.467 Zuschauern ausverkaufte alte Försterei in einen kollektiven Freudentrommel versetzte. Sebastian Andersson, 75., sorgte für den umjubelten Schlusspunkt. Die Unioner, die bei der Heimspielpremiere im deutschen Fußball-Oberhaus vor zwei Wochen von Leipzig, 0.4, noch vorgeführt wurden, legten diesmal deutlich weniger Respekt an den Tag und feierten den ersten Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte ausgerechnet gegen den großen Titelkandidaten. Für den verletzten Exel Witze, Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, rückte beim BVB Thomas Delaney in die Startelf. Auch Nationalspieler Julian Brandt, der in den ersten beiden Ligaspielen als Joga stark aufgetrumpft hatte, dürfte von Beginn an auflaufen. Außerdem brachte Dortmunds Trainer Fafre auf der Linksverteidigerposition Achraf Hakumi für Nico Schulz. Auch Union-Coachias Fischer nahm drei Startelf-Veränderungen vor, doch Neven Subutik durfte gegen seinen Ex-Klub als Abwehrchef agieren. Der langjährige BVB-Profi hätte in der zehnten Minute beinahe mitten ins Herz seiner alten Liebe getroffen, doch sein Kopfball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Davor hatte auch schon Bilde eine gute Kopfballchance für die Hausherren, die sich nicht versteckten. Die Dortmunder hatten zwar von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, doch das Offensivspiel war zu ausrechenbar. Außerdem leisteten sich Marco Reus und Co. einige unnötige Fehlpässe. Nach dem Rückstand, den Dortmund mit einem abermals schlechten Abwehrverhalten nach einem Standard begünstigte, wachte der Champions-League-Starter aber auf. Der direkte Ausgleich von Alcázar nach Vorlagen von Jadon Sancho war der Lohn. Als die Dortmunder gerade Anfahrt aufgenommen hatten, wurden sie von ihren eigenen Fans gestoppt. Weil zahlreiche BVB- und Union-Fans am Grenzzorn zwischen den Fahnlagern aneinander geraten waren, unterbrach Schiedsrichter Felix Ptipate kurz. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit zündeten Anhänger in beiden Fahnblocks Bengalows. Die Berliner Profis kamen mit der Stimmung auf den Rängen besser zurecht und gingen erneut in Führung, als Brüte einen Nachschuss eiskalt verwandelte. Die Dortmunder antworteten mit wütenden Angriffen, von denen aber die wenigsten wirklich durchdacht wirkten. Im Anschluss an eine Berliner Ecke traf Andersson zum Entstand. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team